So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thief Simulator. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich und wir legen auch direkt los. Wir müssen ja Autoliebstahl Level 2 lernen, dafür brauchen wir aber noch einen Skillpunkt und dafür müssen wir im Level aufsteigen, nämlich zu Level 22. Und das schaffen wir auch bald, ich denke, ich hoffe mal, in dieser Folge. Genau, wir fahren wie immer zu unserer heiß geliebten Greenview Street, wo wir auch schon sehr bekannt sind. Und ja, wir schauen einfach mal, was da so los ist. Bei der 113 waren wir letzte Folge. Heute, ja, habe ich mir gedacht, schauen wir bei der 112 vorbei. Hier mal, was gibt es hier? Naja, hier sind nur so Schrotthäuser, da gibt es nichts, da war ich schon am Anfang. Gut, dann schauen wir mal bei der 112 vorbei. Ich parke mein Auto da vorne, ja. So, dass ich keine behinderte hier. Genau, so. Gut. Schauen wir uns mal an. Hier ist jetzt keiner zu Hause. Doch, bestimmt. Ne, ist keiner zu Hause, okay. Dietricher, scheiß. Ja, jetzt läuft einer, ne. Ist klar, immer wenn man was machen will. Ich laufe einfach hier rum. So, die sind da. So, ein Mist. Aber hier ist ja unsere geliebte Mülltonne. Da können wir uns mal ganz schnell verstecken. Und dann geht es nochmal rein. Ob ich jedenfalls wissen will, dass sie jetzt im Garten sind. Das heißt, wir könnten einfach vorne rein, ne. Das könnten wir. Und das machen wir auch. Bei den Watsons. Ja, super. Gerade wo ich es sage, sind die jetzt im Schlafzimmer. Aber eine Person geht bald weg. Also, wenn ihr mal nach oben rechts schaut, die untere Person da ist bald blau. Also blau bedeutet, glaube ich, dass sie weg ist. Und dann könnten wir nochmal rein. Aber dann ist nur noch eine Person da. Hoffentlich suchen die jetzt nicht nach meinem Auto. Na, komm. Na, los. Komm, fahrt schon weg. Oh, ey, was ist denn? Fahrt doch weg. Na, das raubt halt einfach meine Zeit, ne. Die Zeit, in der ich etwas machen könnte, etwas Spannendes, muss ich hier in der Mülltonne sitzen. Weil diese scheiß Polizei nicht einfach wegfahren will. Aber gut, ich warte. Umso besser, weil dann ist da einer weg. Können wir direkt rein. Weil die müssen ja irgendwann mal wegfahren, ne. Die werden ja irgendwann mal einfach despawned, weil die einfach zu lange da sind. Einfach länger, als sie da sein sollten. Dann, ja, genau. Seht ihr? Weil das ist ja so ein Script bestimmt. Und das sagt einfach, dass sie so und so lange da sein müssen. Und danach sind sie weg. Der ist jetzt auch weg. Ich hasse diese Dietricher. Weil es immer so lange dauert. Weil die Tür ist zu. Das ist sehr, sehr gut. Sehr vorteilhaft. Hier ist ein PC, den nehmen wir gleich mit. Waschküche. Oh Gott. Ich glaube, ich war hier schon mal. Ja, ich kann mich jetzt wieder erinnern. Hier war ich schon mal. Ich mache hier lieber immer zu. Ah, super. Sorry. Ja, hier war ich schon mal. Hier ist nix. So eine Verarsche hier. Wir müssen ja aufpassen, weil diese Leute, die sehen uns auch. Nicht, dass wir dann entdeckt werden. Und diesen Tisch können wir uns hier nicht nehmen. Oder das Bett. Ne, anscheinend nicht. Gut, die sind jetzt in der Küche. Oh. Das ist sehr gut. Jetzt sind wir hier nämlich alleine und können hier ein bisschen was mitnehmen. So Kleinigkeiten. Nein. Ne, ich blockiere nicht den Verkehr. Oh, nö. Ganz gut. Nicht zu Hause, okay. Einer ist nicht zu Hause. Okay, der Mann. Der Mann geht weg. Das ist gut. Weil der Mann ist immer so der Rambo in der Familie, der immer zuschlägt. Gut, ihr hört mich hier nicht. Das ist auch sehr gut. Klar, die Tür sind ja auch zu, ne? Die Tür ist ja zu. Kann mich nicht hören. So. Also, was machen wir jetzt? Wir schauen da hier rein noch. Ich war hier tatsächlich schon. Ich war hier schon, weil es gibt hier nichts mehr. Ja, ich mach mal ganz schnell die Tür zu, genau. Die merkt es zum Glück nicht. Oder der. Ich weiß es nicht. Kamera. Ich sag auch noch, was seht ihr? 50 Dollar. Gut, ich würde sagen, ich nehme den Fernseher und verschwinde von hier. Durch die Fronttür natürlich. Nee, wäre ja blöd. Gibt es hier wirklich nichts mehr? Geld habe ich übersehen. Ich habe jetzt ein bisschen Platz, deswegen kann ich die ein oder andere... Ach, du scheiße. Ich habe mir gedacht, hier ist der Ausgang. Ach, der ist hier. Ich muss aufpassen. Schnell weg, schnell weg. Gibt es hier vielleicht noch was? Ja, so Kleinigkeiten kann man immer mitnehmen. So, wir gehen jetzt von hier weg. Zum Glück habe ich die Tür offen gelassen. Ich schaue nur, dass er weg ist. Zum Glück rufen die nicht die Polizei. Ja, ich fahre ja schon weg. So, also hier waren wir schon mal. Gut, ich bringe das jetzt zuerst mal weg. Zum Pfandhaus. Verkaufe das erstmal und dann schauen wir weiter. Mal schauen, was ich bekomme. Mal schauen, was ich mir sehen kann. Mal schauen, was ich mir sehen kann. Aber die XP-Zer, also die Erfahrung geht immer weiter nach oben. Also das ist schon mal ganz gut. Willkommen zurück. Ja, willkommen zurück. So, dabei kriegen wir immer mehr Geld. Das ist auch sehr schön. So, und jetzt nach Hause, genau. Ne, nicht nach Hause, sondern zur Greenview Street. So, wo fahren wir diesmal hin? Hm, bei der 106, oder? Ne, komm, lassen wir. Ich fahre zur... Ich fahre zur... 103. Ich hätte mal Bock auf die 103. Weil da war ich, glaube ich, noch nicht. Also da... Und da müssen wir noch ein paar Sachen machen. Also da... Was gibt's da? Ihre Spüle kaputt, Mann. Und... Lampe kaputt, Mann. Okay. Ich park mal hier. Ohne jemanden zu behindern. So, dann schauen wir mal, wie wir am besten da reinkommen. Das... Das müssen wir natürlich erstmal aufknacken. Ach. Irgendwie manchmal klappt... Klappt das nicht. Wir schließen die Tür auch, damit... Das nicht... Damit die uns nicht entdecken. Ah, Hacker PDA. Da seht ihr. Hat sich doch gelohnt. So, was können wir hier machen? So, so. So, so, so. Perfekt. Gut, wir machen die mal ganz leise auf. Ich war hier noch nie. Drei Personen. Ich war hier noch nie, Leute. Ich war hier noch nie. Oh Gott. Ich hab Angst, dass ich jetzt... Ich werde auch hier entdeckt. Oh mein Gott, ey. Ich war hier wirklich noch nie. Eigentlich schade. Aber hier gibt es ganz schöne Sachen. Ah, ist nur eine zu Hause? Super. Es ist nur eine zu Hause. Das ist schön. Das freut mich. Es ist nur eine Person zu Hause. Die anderen sind jetzt nicht zu Hause. Also, was für ein Glück, ey. Was für ein Glück ich jetzt habe. Das nutze ich. Das ist einer dieser teuren Häuser hier. Ach, komm. Nee, komm. Schade um den Platz hier. So. Einfach ein bisschen was hier. Stehlen. Zum Glück sind die anderen jetzt schon eine Zeit lang weg. Ne? Also die sind jetzt schon weg. Da können wir uns ein bisschen austoben. Und so ein bisschen Zeit lassen. Ah, wir haben doch Licht da, ey. Na, das... Da hab ich keine Lust, diese ganzen Weingläser... Weindinger zu stehlen. Wir müssen aufpassen mit dem Licht, weil... Ah, ein Drucker ist auch da. Das ist doch super. Den Drucker nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir müssen unten noch was machen. Spüle, ne? Ja. Aber ich schau mich hier nochmal um. Das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Und wenn die jetzt da unten im Wohnzimmer bleibt, dann wäre es noch besser, weil dann könnte ich mich oben hier nämlich so schön austoben. Ich könnte hier alles durchsuchen, ganz in Ruhe, ohne Stress. Das wäre gut. Im Triss. Schlau denken, schlau denken, schlau denken. Keine Dummheiten machen jetzt schlau denken. Nicht jetzt unbedingt das Beibehalten. So jetzt nicht entdeckt werden. Bitte, 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 bitte. Es wäre so schade, wenn ich jetzt entdeckt wäre. Bald kommt einer nach Hause. Oh, mein Herz, ey. Kommt, haut ab da. Ich will noch was schälen. Scheiße, ey. Die eine ist jetzt weg. Die ist jetzt in der Toilette. Mist. Ja, seht ihr, ich wurde jetzt wieder entdeckt. Ich wollte das eigentlich so schön unentdeckt machen, aber die blöde Sau, die muss jetzt in die Toilette. So eine Frechheit. Wer hat es ihr erlaubt, in die Toilette zu gehen? Das ist eine gute Möglichkeit jetzt. Jetzt ist unten nämlich frei. Jetzt ist unten frei. Jetzt ist unten frei. Unten ist jetzt frei. Komm, 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 komm. Nicht zu gierig werden. Nicht zu gierig. Wo ist die Spüle? Wo ist die Spüle? Wo ist die Spüle? Ich muss rein, verdammt nochmal. Hier ist nur ein Badezimmer. Oh, ich bin weg. Nein, fuck. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin der schlechteste Verbrecher. Seht ihr, ich war wieder zu gierig. Ich hätte gleich gehen sollen. Nicht erstmal da noch warten und dann noch vorbeischauen. Aber es sind bis jetzt nur zwei Frauen. Und dieser Mann ist wahrscheinlich wieder so ein Taser. Außer es leben hier drei Frauen. Kann auch sein. Aber zwei sind jetzt zu Hause. Und zwar zwei diese... Frauen. Jetzt ist sie noch nicht weg. Die ist noch nicht weg. Ich will nur, dass die Polizei weggeht. Oh. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, das war so schlimm. Das war so gefährlich, was ich hier gemacht habe. Puh. Puh. Die Polizei ist mir noch reingefahren. Na, super. Oh. Mal schauen, wie viele Punkte ich bekomme. Das war wirklich sehr gefährlich. Ja, super. 700. Ja, geil. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Skills. Ja. Da ist ein Auto auf 201. Und es hat etwas innen, das zu uns gehört. 1.500. Wir haben richtig fett Beute gemacht heute. Okay, heute mache ich nur noch das. Ich mache hier... Ich mache dieses Marag-Ding. Moment, was ist? ich mache jetzt nur noch die smarakt kette versteck was ist versteck ich habe ein neues ich habe hier ein neues ding was ist 30.000 danke ich fahre nach hause ich zerlege jetzt diese smarakt kette und dann verkaufe ich die und in der nächsten folge machen wir dann weiter mit dem auto da bei der 201 ich denke mal das ganz fair heute haben wir schon einiges erlebt also heute war wirklich fast los heute war schon ganz gut so zum glück kommen ja die folgen regelmäßig also die kommen alle vier tage glaube ich kommt so eine folge wenn ihr interessiert seid könnt ihr immer paar tage warten und dann kommt schon die nächste folge die aktuellste wenn wenn ich keine lust habe zu warten dann könnt ihr einfach die alten folgen anschauen die sind auch sehr spannend gut das war's für heute wenn euch diese folge gefallen würde ich mich sehr würde ich mich sehr beim like freuen aber kommentar teilt das video teilt meinen kanal und dann sehen wir uns in der nächsten folge also da machst du euch dann schau euer gaming